In diesem Video gehen wir zusammen in die schriftliche Heilpraktikerprüfung Psychotherapie aus Oktober 2019. Wie immer macht ihr Sinn, dass ihr eine Version dieser Prüfung vor euch liegen habt, sodass wir gemeinsam durch die Fragen durchgehen können. Frage 1. Welche der folgenden Techniken zählen am ehesten zu den Konfrontationstherapien? Flooding ist richtig, gehört zur Reizkonfrontation. Timeout ist ja eher so eine Reizwegnahme und damit nicht konfrontativ. Ein Selbstmanagement, das kann man im Rahmen einer Lebensberatung quasi sehen, aber gehört nicht zur Konfrontation. Systematische Desensibilisierung ist so das, konfrontationstherapeutische Manual. Und Shaping, Verhaltensformung, das ist ja so, etwas in Shape zu geben, so ein kleinschrittiger Prozess, der passt jetzt nicht zur Konfrontation. Konfrontation in Sensu, in Vivo draußen oder eben auch als Floodingreizkonfrontation, mit dem voll erlebbaren angsauslösenden Reiz. Zweitens, bei einer 25-jährigen Frau, die wegen depressiver Verstimmungen in ihre psychotherapeutische Behandlung kommt, vermuten sie eine Bulimier-Nervosa mit selbstinduziertem Erbrechen. Welche Befunde stützen den Verdacht im Rahmen der Differenzialdiagnose? Adipositas Grad 3, Body Mass Index über 40, Bulimie ist typisch normal bis leicht übergewichtig. Also so Body Index 25, Body Mass Index. Speicheldrüsenschwellung ist eine der Komplikationen, die bei häufigen Erbrechungen auch kommen, genauso wie auch Zahnschmelzschäden. Oder Chloasma, Pigmentflecken im Gesicht, die kommen durch Pigmentflecken im Gesicht, aber nicht durch Bulimie. Nur Altersflecken und sowas, die kommen halt durchs Alter und nicht. Akne ist, ja, wenn man zu viel Milch konsumiert und trinkt dem Kalb den Proteindrink weg, dann kann es auch mal zu schwer in Akne verläufen können, andere hormonal bedingte Störungen, aber jetzt nicht Bulimie-typisch. Dritte Frage. Welche Aussage zur Empathie trifft zu im Kontext der Gesprächstherapie nach Rogers? Empathie bedeutet, die Gefühle des Anderen zu übernehmen. Empathie ist ausgerichtet auf den inneren Bezugsrahmen des Klienten. Empathie ist gleichzusetzen mit billigendem Verständnis haben. Empathie heißt, eine Bewertung abzugeben. Empathie zielt darauf ab, die Selbstexploration des Klienten zu verhindern. Es soll supertiv auf die Selbstexploration wirken. Also Empathie ist ausgerichtet nach Rogers auf den inneren Bezugsrahmen des Klienten. Frage 4. Typische Charakteristika der anankastischen, also der zwanghaften Persönlichkeitsstörung sind, das Verlangen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Das ist eher das histrionische, das theatralische, das eigene Sein, den Körper im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sehen. Übertriebene Gewissenhaftigkeit und unverhältnismäßige Leistungsbezogenheit unter Vernachlässigung von Vergnügen und zwischenmenschlichen Beziehungen. Das könnte sogar so im ECDC entstehen. Passt. Überlassung der Verantwortung für Lebensbereiche des eigenen Lebens an andere. Das ist eher so dieses, kannst du mir bei der Entscheidung helfen, du weißt dich doch immer so gut auszukennen. Abhängige Persönlichkeitsstörung. Übermäßige Vorliebe für Fantasien, einzelgängerisches Verhalten und in sich gekehrte Zurückhaltung. Das ist so ein typisch schizoides Verhalten. Das passt jetzt auch nicht wirklich zur zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Rigidität und Eigensinn, wobei andere gegenüber auf eine Unterordnung unter eigene Gewohnheiten dann bestanden wird. Das passt tatsächlich ganz gut. Das ist dann eine richtige Antwort. Fünfte Frage. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Demenzerkrankungen sind ein Synonym für Alzheimererkrankungen. Die Alzheimererkrankung ist eine Unterform der demenziellen Prozesse. Beginnen selten vor dem 75. Lebensjahr. Wenn man sieht, dass der Durchschnittsdeutsche ja nur irgendwie Pan 80 oder Ende 70 wird, dann treten die in der Regel früher an. Führen zu einer Abnahme des Gedächtnisses und des Denkvermögens. Verlust vorher bestehender kognitiver Leistungen ist Demenz. Sollten zur Differenzialdiagnostik mit einem bildgebenden Verfahren untersucht werden. Hier CCT, CMRT, also Kranial, Kopf, Lateinisch. Man will ja eine andere hirnorganische Störung ausschließen. Vaskuläre Demenzformen oder Tumor oder bestehende Läsionen durch irgendwas anderes Organisches. Führen in der Regel innerhalb von zwölf Monaten zum Tod. Courier-Hunting-Demenz. Wenn wir dann Demenz haben, haben die Leute so zwei Jahre, weiß ich es noch. Aber hier bei einer Alzheimer-Demenz, die kann. Die sechste Frage. Welche Aussage trifft zu? Verantwortlich für die öffentlich-rechtliche Unterbringung eines psychisch-kranken- und psychiatrischen Krankenhauses für eine Zeitdauer von fünf Wochen gemäß PsychKG ist das Ordnungsamt, das Gericht, das Gesundheitsamt, die zuständige Ärztekammer und die Kriminalpolizei. Alle diese Institutionen können eine Unterbringung anregen. Das kann jeder. Aber eine fünfwöchige Unterbringung gegen den Willen des Patienten durchsetzen kann nur das Gericht. Welche der folgenden Aussagen zum Delir-Treffen zu? Bei Alkohol- oder Drogenabhängigen Patienten kann ein Delir in der Regel ambulant behandelt werden? Absolut überhaupt gar nicht. Ein Delir sollte immer stationär, sogar dann eben auch intensivmedizinisch überwacht werden, um einfach zu gucken, dass bei bestehender Lebensgefahr sofort entsprechend auch interveniert werden kann. Ein Delir ist ein ethologisch-unspezifisches Syndrom mit Störungen des Bewusstseins, der Kognition und der Psychomotorik. Das ist Delir, richtig. Ein Delir verläuft in der Regel asymptomatisch, nein, es läuft voll klinisch-symptomatisch. Man kann nicht sagen, habe ich vielleicht gerade ein Delir? Nein, wenn man ein Delir hat, dann weiß man es. Also man weiß es dann nicht, aber umstehen, Leute. Akustische Halluzinationen treten beim Delir nicht auf? Doch, doch. Die Antwortmöglichkeit ist falsch. Achte Frage. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Bei Menschen, die an einer Hebephren-Schizophrenie, Erkrankungsgipfel häufig schon vor dem 20. Lebensjahr, eher so Hebephren-Symptomatik zurückgezogen, Negativ-Symptomatik. Am ehesten typisch eine Miosis, das ist eine Pupillenverkleinerung. Das sehen wir vor allen Dingen bei Opiat-Intoxikationen. Und wenn es sehr hell ist, dann sehen wir auch eine Miosis. Antriebsverlust, richtig, das passt zur Hebephrenie. Trance-Zustände, die können die Leute auch haben, wenn sie auf Halluzinogenen sind. Besessenheitszustände, das ist eher so, wenn jemand wirklich so eine Besessenheit hat, das ist eher so eine dissoziative Störungsform. Aber Affektverflachung ist dann wieder eines der Phänomene, die wir bei einer Hebephrenie halt ganz häufig sehen können. Neuntens, welche Aussage über die bipolare affektive Störung? Jetzt sind wir in F3-Affektive Störung dann. Akustische Halluzinationen sind mit der Diagnose einer manischen Episode im Rahmen einer bipolaren Störung nicht vereinbar. Psychotische Symptome sind nicht das erste, was wir bei Manikern sehen, aber sie können auftreten, auch in Form von akustischen Halluzinationen. Unter Rapid Cycling versteht man nicht das schnelle Fahrradfahren, sondern das ständige Umherlaufen manischer Patienten. Ne, Rapid Cycling ist ein quasi relativ schneller Phasenwechsel bei Bipolaren. Das heißt, dieses manisch-depressive ist in einer wirklich sehr, sehr, sehr schnellen Phasenabhängigkeit dann zu sehen. Also kurz manisch noch hier verkürzte Demenz-Depressionsphasen, wobei die meistens relativ länger als manisch sind. Kürzere Intervalle, die symptomfrei sind, das ist so eine Rapid Cycling-Geschichte. Die depressive Episode im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung unterscheidet sich von der unipolaren Störung durch das vorliegen Parathymer-Gedankeninhalte. Was für eine Frage. Es gibt Parathyme, psychotische Symptome und Synthüme, psychotische Symptome. Synthüme sind sowas wie Schuldwahn, Wahn von Wertlosigkeit, körperlicher Krankheit oder drohende Katastrophen. So Pandemie lässt grüßen. Und Parathyme, psychotische Symptome sind eher so Verfolgungswahn und Beziehungswahn ohne affektiven Inhalt. Das heißt affektiv-neutrale Halluzinationen. Und es ist so, dass die Parathymen-Wahninhalte bei allen depressiven Erkrankungsmustern natürlich auch mit vertreten sind. Die Synthümen aber in der Regel deutlich überwiegend sind bei den Leuten. Also ist diese Antwortmöglichkeit auch falsch. Eine manische Episode ist von einer Schizophrenie gelegentlich nur im Verlauf unterscheidbar. Das ist richtig. So eine krasse Manie kann auch mit psychotischen Symptomen einhergehen, die zunächst einmal voll wie eine Schizophrenie aussieht. Und im Zeitverlauf sieht man dann aber tatsächlich erst so, das entwickelt sich gerade in eine normale Manie oder in eine bipolare, weil jemand depressiv abrutscht. Oder wir sehen halt diesen typisch schizophrenen Verlauf. Dann ist das tatsächlich eine richtige Aussage. Die Diagnose, eine Dystämie schließt eine bipolare affektive Störung aus? Nein, also man kann natürlich eine Dystämie sehen als so ein chronifizierter, leichtgradiger, depressiver Verlauf, der dann aber auch in eine Bipolarität umsteckt. Das kann passieren. Zehntens. Mein Rücken juckt. Welche der folgenden Aussagen zu Zwangsstörungen treffen zu? Bei Zwangsstörungen beobachtet man sehr häufig Spontanremissionen. Bei der Inoresis Nocturna sieht man sehr häufig spontane Heilungsverläufe, aber nicht bei Zwangsstörungen. Eine Zwangsstörung beginnt in der Regel im mittleren bis höheren Erwachsenenalter. Man sieht in der Jugend schon erste Vorzeichen und Vorboten. Aufgrund des hohen Leidensdrucks kommt es meist zu einer raschen Diagnosestellung. Da braucht es erstmal eine gewisse Zeit lang, bis man mit dem Patienten dahin kommt. Eine Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung hat sich bewährt. Richtig. Gerade bei Zwangsstörungen klassischerweise Zitalopram 40 Milligramm. Zwangssymptome können bei einer Depression auftreten. Auch das haben wir und umgekehrt. Auch bei Zwangsstörungspatienten kann sich eine Depression genauso auch nachher eine Depression entwickeln. Das geht komorbid einher. Grübeln. In der Frage 11 gehört im psychopathologischen Befund zur Gruppe der Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörung. Formale Denkstörung. Richtig, weil beim Grübeln der Denkablauf gestört ist. Befürchtungen und Zwänge, Ich-Störung, inhaltliche Denkstörung. Nee, Grübeln gehört zu den formalen Denkstörungen. Zwölftens. Welche der folgenden Aussagen zu psychischen Störungen im Wochenbett treffen zu? Die postpartale Depression hat meist eine günstige Prognose. Ja, gerade auch, weil sehr häufig hormonbedingte Defizitsituationen mit zur affektiven Symptomatik im Wochenbett dazu beitragen. Die Frauen erholen sich ja auch mit der Zeit wieder von diesem hormonellen Defizit. Und die haben insgesamt eine ganz gute Prognose. Bei einer schweren postpartale Depression empfiehlt sich eine Behandlung mit einem Antidepressivum. So eine Stillindikation dann natürlich auch mit abklären. Bei ersten Anzeichen für eine postpartale Depression sollte die Mutter vom Kind getrennt werden. Kann man ja mal versuchen, mal gucken, ob das der Mutter gut tut. Es gibt Einzelfälle, wo Frauen wirklich aus einer nicht nachvollziehbaren Unfähigkeit dann quasi berichten. Sie kommen mit dem Kind überhaupt nicht klar, sie haben keine Emotionen dazu. Das ist wie ein Objekt und es kommt tatsächlich auch zu Kindstötungen in diesem Kontext. Und da sollte man selbstverständlich gucken, inwiefern kann man Kind und Mutter trennen, um eine gewisse Dynamik da reinzubringen. Aber natürlich ist diese Antwortmöglichkeit falsch, weil wenn ich beim ersten Anzeichen auf eine Wochenbettdepression, zack, weiß ich nicht. Also wir in Deutschland machen das nicht. Im Wochenbett treten psychische Erkrankungen gehäuft auf, das ist richtig. Eine postpartale Depression kann sich innerhalb von Stunden nach der Entbindung entwickeln, das ist auch richtig. Eine Wochenbettpsychose kann diagnostiziert werden nach Definition innerhalb des ersten Jahres nach Entbindung. Das ist aber Zeitraum. 13. Frage. Welche der folgenden Aussage zu Neuroleptika treffen zu? Neuroleptika sind zur Behandlung schizophrener Störungen geeignet. Neuroleptika werden auch zur Behandlung schwerer depressiven Episoden eingesetzt. Ja, weil wir auch. Also Neuroleptika sind ja Antipsychotiker und bei schweren depressiven Verläufen auch psychotische Symptome haben. Neuroleptika werden nach typischen und atypischen Unterschieden. Richtig. Bei der Einnahme von Neuroleptika sollten regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden. Richtig. Bei jeglicher Einnahme von psychopharmakologischen Präparaten, also gerade so phytopharmakologischer Bereich mit so einem Live 900, also Johanniskrautpräparat, tritt auch in eine starke Wechselwirkung mit ein. Wir sollten nicht Naturheilverfahren wie Phytopharmaka mit Alternativen zum Medizin betrachten, die im Bereich einer quasi Psychostimulation auf einer Placebo-Ebene wie Homöopathie und Akupunktur liegen, nicht verwechseln. Und bei der normalen Aufdosierung eines synthetisierten, also chemisch erzeugten Wirkstoffes wie einem SSRI, Zitalopram, Vendlaflaxin, Myrtaxapin, Quithiapin, In, 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 sollte eine regelmäßige Verlaufskontrolle in Form eines EKGs erfolgen, weil diese Medikamente in den PQRST-Komplex des Herzens mit eingreifen können und eine Störung verursachen können, in der Reizübertragung, in der Reizweiterleitung, die man im EKG sieht. Und dann würde man auch noch auf ein anderes Präparat wechseln. Oder zum Beispiel auch im Sinne eines Laborbefundes, dass man Blutabnahme macht und sich die Leber, so GOT, GGT anschaut, um einfach zu schauen, kommt die Leber mit der Enzymproduktivität, das Medikament auch hepatisch abzubauen, gut hinterher oder schießen die Leberwerte nach oben. Auch dort sollte man dann gucken, dass man vielleicht auf ein anderes Präparat wechselt, was anders hepatisch verstoffwechselt wird oder dann vielleicht auch renal verstoffwechselt wird, also über die Niere ausgeschieden wird. Bei Neuroleptika kann als typische Nebenwirkung ein Parkinsonoid auftreten, also eine Parkinson-ähnliche Symptomatik. Rischdisch. Frage 14. Welche der folgenden Aussagen zum Störungsbild einer Soziophobie treffen zu? Die Ängste treten vorwiegend in größeren Menschenmengen auf. Das wäre jetzt der klassische Trigger für eine Agoraphobie. Die Störung tritt ganz überwiegend bei Männern auf. Die Soziophobie ist tendenziell eher bei Frauen beheimatet. Soziophobie ist in der Regel mit einem niedrigen Selbstwertgefühl verbunden. So sagt es die Leitliniendiagnostik. Ich sage, das Selbstwertgefühl erkenne ich auch daran, wie ich hier oben mit mir selber umgehe. Aber die Art und Weise, wie ich mich hier die ganze Zeit kritisiere und hier mit mir umgehe, kommt nicht aus einem niedrigen Selbstwertgefühl, sondern ist antrainiert und erzeugt ein niedriges Selbstwertgefühl. Da dürfen wir Ursache und Wirkung nicht miteinander vertauschen. Also überleg dir mal, wenn du dauernd mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin so reden würdest, wie du teilweise mit dir selbst in die Kritik gehst, wie lange wärt ihr noch befreundet? Die Symptome können sich bis hin zu einer Panikattacke verstärken. Soziophobie und Agoraphobie sind keine Panikstörung. Eine Panikstörung ist in diesem Fragekontext immer die Paroxys mal episodische Panikstörung, die ohne klaren Triggerpunkt auftritt. Und selbstverständlich können sich im Rahmen einer Soziophobie oder Agoraphobie die Symptomatik sofort schnell gelöst haben, dass es auch zu Paniksymptomen kommt. Soziophobien können sich in Beschwerden wie Händezittern, Übelkeit und ganz typischerweise Harndrang äußern. Absolut. Frage 15. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Inhaber einer auf das Gebiet der Psychotherapie beschränkten Heilpraktikererlaubnis sind grundsätzlich berechtigt zu selbstständiger Anwendung. Grundsätzlich nur eines Verfahrens, in dessen Anwendung wir uns geübt und sicher fühlen. Und wenn wir kognitive Verhaltenstherapie machen möchten, dann ist das in Ordnung. Auch tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie dürfen wir machen. Wenn wir sie aber nicht in einem Befähigungsnachweis erlernt haben, dürfen wir das nicht mit einer Krankenkasse abrechnen, die zum Beispiel das Ganze auf einer individuellen Kostenerstattungsbasis dann so absegnen würde. Auch Psychoanalyse und Intelligenztests dürfen wir durchführen. Osteopathie funktioniert unter Einsatz unseres eigenen Körpers. Und das ist den normalen Heilpraktikern dann entsprechend vorbehalten. Eine Osteopathie, zum Fachgebiet der Chiropraktik gehörend, ein von der Schulmedizin weitgehend nicht anerkanntes Verfahren. Auch interessant. 16. Welche der folgenden Aussagen zur Anpassungsstörung treffen zu? Auslöser sind meist nicht zu definieren, doch ein Auslöser ist die Bedingung, dass wir eine Anpassungsstörung diagnostizieren können. Auftreten nach psychosozialer Belastung ist eine mögliche Ursache. Bei Kindern häufiger auftreten regressiver Symptome, wie zum Beispiel eine sekundäre Inuresis, primäre Inuresis. Das Kind war noch nie einnässend, trocken quasi. Sekundäre Inuresis war mal trocken, aber nässt wieder ein. Dauer in der Regel länger als sechs Monate. Das macht wenig Sinn. Individuelle Faktoren spielen bei dem Auftreten keine Rolle. Doch, also man kann sagen, so eine individuelle Faktorität spielt keine Rolle. Wenn halt so ein großes Pfeilbeil auf den Nacken trifft, so 1789 Frankreich und so, dann ist allgemein erwartbar, der Kopf ist ab. Nur alles, was die Psyche betrifft, da sind immer individuelle Faktoren, die mit der lebensgeschichtlichen Entwicklung eines Menschen einhergehen, eine relevante Ursache für die Ausprägung von psychischen Störungen. Siebzehntens. Welche der folgenden Aussagen zur Psychotherapie trifft zu? Eine erlernte Hilflosigkeit ist ein in der psychoanalytischen Therapie verwendeter Begriff eines Abwehrmechanismus. Nein, die erlernte Hilflosigkeit ist ein Begriff aus der Verhaltenstherapie. Bei einer akuten, schweren, depressiven Episode ist eine, also so eine erlernte Hilflosigkeit ist, so eine Frau hat Angst, geht nicht mehr ohne ihren Mann einkaufen und vermeidet dann quasi auch, ohne ihren Mann einkaufen zu gehen und kann dann quasi so als Vermeidungsverhalten die Angst umgehen. Das ist auch so eine Art erlernte Hilflosigkeit, weil der Mann immer mitgeht. Der tolle Mann. Bei einer akuten, schweren, depressiven Episode ist eine ambulante, psychodynamisch orientierte Psychotherapie, Therapie der ersten Wahl. Nee, bei einer akuten, schweren, depressiven Episode sollte man halt auch überlegen, ob man vielleicht mal stationär irgendwo hingeht, weil Suizidalität abgefleert werden muss und so. In der kognitiven Therapie wird der sokratische Dialog angewendet, richtig. Beim Sorg-Schema handelt es sich um ein in der verhaltenstherapeutischen Diagnostik anwendbares Modell zu Problemsituationen und Verhaltensanalyse. Richtig. Stimmelos Reiz Bestandteile mit drin. Psychodynamisch orientierte Psychotherapie-Methoden spielen in der Kindertherapie keine wesentliche Rolle. Ja, schön wär's, ne? Wird immer noch viel zu viel eingesetzt aus meiner Sicht. Ihr merkt, ich bin nicht so der Psychoanalytiker-Freund. 18, charakteristisch für eine histrionische, histrios, griechisch der Marktplatz, ach, das ist Agora, histrios, das Schauspiel, so. Sind starke Zweifel und übertriebene Vorsicht, das ist eher so ängstlich vermeiden, Persönlichkeitsstörung. Ängste vor Alleinsein und verlassen werden, das ist eher so, also das kann man den Borderlinern so ein bisschen zurechnen. Die haben auch eine Problematik mit dem Eingehen von Beziehungsmustern, weil Menschen halt Beziehungen aufkündigen können. Deshalb findet man erstaunlich viele Borderliner im Beruf des Tierpflegers, weil Tiere können einem nicht in den Rücken fallen, außer Fressen halt und so. Leichte Beeinflussbarkeit durch andere Personen, das ist tatsächlich so eine der Hintergründen, die wir bei dem histrionischen sehen. Übermäßige Gewissenhaftigkeit, so dieser zwanghafte Perfektionismuscharakter, den finden wir beim Anarchastischen. Fehlen von Selbstvertrauen. Ja, das ist so ein locker gefasster Begriff. Ich für mich gehe mit meinen Klienten das Thema Selbstvertrauen dran. Das ist nicht skalierbar. Selbstvertrauen ist immer zu 100% da. Wenn du sagst, ey, das Mädel da drüben, das gefällt mir, der Typ da drüben ist ein süßer Boy, der gefällt mir, da gehe ich mal hin und spreche dir mal an, sag hallo. Du siehst vor deinem inneren Auge, wie dein Gegenüber dir so auf den Kopf haut und sagt, verbündnisiert dich mal, was bist du für eine Pissnäcke. Ja, da hast du auch keinen Bock mehr dahin zu gehen. Das liegt aber nicht an dem niedrigen Selbstvertrauen, sondern weil du diesen Misserfolgsbildern deines dramatisch denkenden Gehirns, Klammer auf, alles bis hierhin gesund, Klammer zu, maximales Vertrauen schenkst. Du solltest nicht an einem niedrigen Selbstvertrauen arbeiten, sondern für dich erkennen, du hast Kontrolle über die Bilder vor deinem inneren Auge und kannst damit besser modulieren, worauf du vertraust. Ach, die Frage war schon zu Ende. 19. Substitutionsbehandlung von opioidabhängigen Methadonen darf durch den Heilpraktiker durchgeführt werden? Nein, absolut nicht. Es gibt Substitutionsambulanzen, wo Methadon ausgegeben wird. Die Leute sind ja auch weiterhin abhängig, nur nicht mehr auf dem Trip. Führt in aller Regel zur vollständigen Abstinenz. Hält die opioidabhängigkeit aufrecht, ist richtig, aber die Leute sind halt nicht mehr auf dem Trip. Schließt ein gleichzeitiges psychotherapeutisches Behandeln aus. Nö, sollte man, also bringt ja nichts, eine andere Abhängigkeit mit einzuführen und dann zu sagen, das läuft jetzt Leben lang so weiter. Ist nicht nur stationär durchführbar, kann man auch ambulant machen. Macht man vor allen Dingen ambulant. 20. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Typische Symptome einer depressiven Episode sind Ideenflucht, sind typisch manisches Phänomen. Interessensverlust passt, vermindertes Selbstbewusstsein passt, Suizidgedanken passt, verminderter Antrieb. Das passt alles sehr gut zur Depression. Welche der folgenden Aussagen zu ADHS treffen zu? Typische Kennzeichen im Kindesalter sind Hypermotorik, H-Hyperaktivitätskomponente und impulshafte Ausbrüche. Typische Kennzeichen beim adulten ADHS sind Desorganisation und fehlendes Durchhaltevermögen. Häufige komorbide Störungen, also was tritt parallel dazu auf? Im Kindesalter sind Tickstörungen und Störungen des Sozialverhaltens, das ist richtig. Häufige komorbide Störungen beim adulten sind Abhängigkeitserkrankungen, also hier Substanzmissbrauch, depressive Störungen, Angststörungen, das passt auch, richtig. Bei der Behandlung eines ADHS im Erwachsenenalter ist die Gabe von Methylphenidat, also das typische Ritalin, kontraindiziert. Ne, den kann man auch verschreiben. Viele junge Leute nehmen ja auch Ritalin-Präparate, die sie sich irgendwo mal so besorgt haben, um auch mal so ein Semester einfach alle Anforderungen gerade so erfüllen zu können. Das ist schon krass, was da heute läuft. Die Unis gehen hin und sagen, ja, aber wenn ihr dann den 2. oder 3. Versuch verhauen habt, dann müssen wir euch zwangsexmatrikulieren. Ihr dürft ja nie wieder einen gleichlautenden Studiengang in Deutschland studieren. Ich glaube, das beruhigt ungemein. Eine Illusion ist ja quasi eine Sinneswahrnehmung aufgrund eines Sinnesreizes, wo aber eine Störfaktorität in der Verarbeitung vorliegt. Eine Halluzination ist ja eine Sinneswahrnehmung ohne Sinnesreiz. Ich sehe hier, geh mal gerade bitte aus dem Bild raus, Pseudo-Halluzination, ich sehe da jemanden, aber verstehe, dass da gar keiner steht, dass ich verstehe meine Halluzination quasi oder bin mir der Halluzination bewusst. Das ist ja gerade so eine Abgrenzung. Eine Halluzination ist eine Sinnestäuschung ohne entsprechenden Sinnesreizes. Habe ich schon verraten. Optische Halluzinationen sprechen gegen eine körperlich begründbare Psychose. Ne, die treten auch dabei auf. Das ist falsch. Optische Halluzinationen bestimmen das klinische Bild der hebephrenen Schizophrenie. Also Halluzinationen sind typisch bei der paranoide-halluzinatorischen Schizophrenie. Bei der hebephrenen Schizophrenie stehen eher affektverflachende Symptome im Vordergrund. Akustische Halluzinationen sind charakteristisch für die paranoide Persönlichkeitsstörung. Wir sind bei einer paranoiden Persönlichkeitsstörung, nicht bei einer paranoide-halluzinatorischen Schizophrenie. Wir sind bei der Persönlichkeitsstörung, wo akustische Halluzinationen nicht wirklich hingehören. 23. Sie wollen mit Ihrem Patienten im Rahmen eines sozialen Kompetenztrainings einüben, dass dieser angemessen für seine Rechte eintritt. Sie geben dem Patienten die Instruktion, laut und deutlich zu reden. Das macht immer Sinn. Bei Forderungen den Gebrauch von Ich zu vermeiden. Das Setzen von Ich-Botschaften macht meistens Sinn. Auch beim sozialen Kompetenztraining. Sich für die eigenen Forderungen zu entschuldigen. Erst zu erklären, warum man etwas wolle, dann zu sagen, was. Kennt ihr diese Leute? Die sind manchmal echt schwierig. Nein, das bringen wir den Leuten nicht so bei. Was man lernen darf, jeder von uns, ich auch, ist Nein zu sagen, ohne sich direkt dafür rechtfertigen zu müssen. Oder das Gefühl zu haben, sich dafür rechtfertigen zu wollen. Guten Tag, Fahrkartenkontrolle. Dürfte ich Ihr Ticket sehen? Nein. Die besten Witze sind immer noch die, über die man selber lachen muss. Verständnis für die Position des Anderen zu äußern. Das ist so ein wertschätzender, quasi Fragestil, den man auch so ein bisschen beim aktiven Zuhören hat. Aktives Zuhören heißt nicht unbedingt direkt immer zu antworten, sondern so zu paraphrasieren. Ich finde das in Ordnung, was Sie da gerade sagen. Lassen Sie uns doch über Ihre Perspektive sprechen. Wie kommen Sie dazu, das so zu glauben? Schlechtes Internet ist beschissener als gar kein Internet. Was halten Sie davon? Welche der folgenden Aussagen in Frage 24 treffen zur depressiven organischen Störung zu? Mögliche Ursachen sind maligne Hirnerkrankungen, maligen, bösartig, also ein Tumor, der da wächst. Zwangsstörung ist keine organische Ursache einer depressiven Störung. Nein, ist keine Ursache einer organischen depressiven Störung. Eine Hypothyreose, zu wenig thyriotische Arbeit, zu wenig Schilddrüse. Aber auch Morbus Parkinson sind quasi organische Erkrankungen, die einen Hintergrund haben, die dann als organisch-depressive Störung klassifizierbar sind. Eine hypochondrische Störung, also die übersteigerte Angst vor dem Erleiden einer schweren körperlichen Krankheit, nicht. 25. Welche Aussage trifft zu? Ein 60-jähriger Patient berichtet Ihnen von einer quälenden Unruhe, verstärktem Sitzen und Liegen, mit ausgeprägten Bewegungsdrang, der den ganzen Körper betrifft. Während des Gesprächs ist er unfähig, still zu sitzen, tritt von einem Bein auf das andere und wippt hin und her. Das spricht am ehesten für eine Akathesie, kann man direkt sagen. Eine Akathesie ist eine Sitzunruhe, ein extrapyramidales Phänomen, das sich vor allen Dingen in so einer motorischen Unruhe äußert. Es ist keine dissoziative Bewegungsstörung, keine Schilddrüsenunterfunktion. Vor allen Dingen eine Unterfunktion macht ja eher depressiv-affektverflacht. So eine Überfunktion würde dann vielleicht in Frage kommen. Tourette-Syndrom zeigt sich in einer anderen, einschlägigen Symptomatik. Eine A-Dynamie, so eine gefühlte, so ich fühle mich wie Grippe, so Muskeltonus, total verschlaft. Nein, also das ist Akathesie. 26. Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ. Da sind wir dann jetzt in der F60-Kategorie. ECD10F60 neigt zu suizidalem und präsuizidalem Verhalten. Borderline wird diagnostiziert bei Suizidversuch, Suizid in der Anamnese. Suizid in der Anamnese ist Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ist gleichbedeutend mit einer schweren Depression? Nein, eine schwere Depression ist eine schwere Depression und eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Borderline neigt selten zu Wutanfällen und aggressiven Durchbrüchen. Ja, schön wäre es. Das ist leider falsch. Zeigt eine ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung. Ist gekennzeichnet durch ein intensives Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. Starke Problematik in der Suche nach Beziehungsbindungen und großer Angst vor dem Verlassenwerden. Vorletzte Frage 27 in der Verhaltenstherapie sind experimentelle Befunde zur klassischen und operanten Konditionierung eine wichtige Grundlage von Modellen zur Entstehung psychischer Störungen sowie Interventionsmethoden. Richtig. Gilt das Prinzip der klassischen Konditionierung inzwischen als veraltet und ist nur noch von untergeordneter Rolle? Bisschen wünschenswert, aber falsch ist eigentlich noch recht aktuell. Bezeichnet operante Konditionierung ein Lernprozess, bei dem die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten durch seine Konsequenzen erhöht oder erniedrigt wird? Richtig. Ist der Begriff negative Verstärkung innerhalb des operanten Konditionierens und Bestrafung gleichzusetzen? Bestrafung, immer schwierig. Wir werden, Menschen werden durch Kritik nicht besser. Also, jeder der es auch erlebt, hört auf, euch selbst zu kritisieren. Das macht euch nicht besser. Kommen Verstärkerpläne zum Aufbauen, neuen Verhaltens zum Einsatz? Wir gehen natürlich auch nicht so vor, dass wir raten, sondern haben einen Plan im Hintergrund. Das macht am ehesten Sinn. Letzte Frage. Welche der folgenden Aussagen zur Suizidalität treffen zu? Immer ein heißes Thema, wichtiges Thema. Bei depressiven Patienten sollte man Fragen nach Suizidgedanken meiden, da diese das Suizidrisiko in der Regel erhöhen? Nein, Goldstandard. Wir müssen danach fragen, um uns selber abzusichern und Patienten auch vielleicht helfen zu können. Suchterkrankte Menschen sind im erhöhten Maße suizidgefährdet. Gerade natürlich auch, weil wir bei einigen Suchterkrankungen natürlich recht einfache Möglichkeiten dann haben, dass ein Suizid durchgeführt wird, Heroinabhängigkeit, goldener Schuss, macht schnell atmen, depressiv, tschüss. Wenn suizidale Patienten nach vorheriger Verzweiflung plötzlich ruhig und gelöst wirken, ist dies ein Zeichen von Besserung, die Suizidgefahr lässt nach. Nein, das ist eher ein Zeichen dafür, dass jemand dort in einer konkreten Suizidvorbereitung war, die abgeschlossen hat und dann auf den Suizid hingeht. Das wäre so die Stadieneinteilung nach Ringel, Stadieneinteilung nach Pöldinger wäre das quasi so ein Zeichen für das sogenannte Entschlussstadium, deutet immer auf eine erhöhte Gefahr hin. Nur wenige Patienten mit Suizidgedanken kündigen geplante Suizidhandlungen an. Man weiß, dass ein Großteil der Suizidpatienten im Vorfeld Arzt oder Therapeuten aufgesucht haben oder mit Familienangehörigen gesprochen haben. In Deutschland sterben mehr Menschen an Suizid als im Straßenverkehr. Richtig, die Aussage ist leider für beide Seiten korrekt. Also im Straßenverkehr sterben zu viele Menschen, im Suizid versterben zu viele Menschen. Das ist ein sehr diffiziles Thema, da sollte man sich gut auskennen. Also Ringel sollte ein Begriff sein, Pöldinger sollte ein Begriff sein, Ringel, Österreicher, Pöldinger, Schweizer. Man sollte fit darin sein, wie geht man bei dir im Kreis, wo du Prüfungen machst mit dem Thema Suizidalität um, grob zu wissen, wie ist das PsychKG bei euch aufgestellt. Es gibt, ich sage immer gerne, nicht viel, was man wissen sollte, aber das sollte man dann ziemlich gut wissen. Da kann man sich auch gut auf diese Fragen drauf vorbereiten. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017